Ich werde immer gefragt, wie ich denn zu meinem Blindtext komme. Das ist ganz einfach in Word. Ich gebe einfach ein istgleich Rand, Klammer auf, Klammer zu und bestätige das Ganze mit Enter. Und schon habe ich meinen Blindtext, mit dem ich hier arbeiten kann. Das funktioniert allerdings noch anders. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte zwei Absätze haben. Dann werden mir hier zwei Absätze ausgegeben. Ich kann aber auch sagen, ich möchte nicht nur zwei Absätze, sondern in jedem Absatz sollen sechs Sätze drin sein. Dann schaut das Ganze so aus. Hier sind jetzt sechs Sätze in diesen zwei Absätzen drin.